Hallo zusammen, ich bin M.B. von den Screenshooters und wir spielen weiter in Assassin's Creed Odyssey. Ich habe hier gerade eine Schnellfestung vor mir, es ist die Fester Quilie und nebenbei ist da auch noch eine Mission zu erledigen. Ich bin ein Besonderheit aus Schwert, das ist das, was wir jetzt im Video mal machen wollen. Ihr kommt dann das Bestes am Modell, Jakob. Ja, ich bin ein Heißenskyd. Was ist das? Sehr schön. Gah! Jaaah! Da! Jaaah! Jaaah! Jaaaah! Uh! Ach! Ah! Ah! Ruda, stop! I don't know if that's going to happen. Oh! 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 Schöp, die Anglob. 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Damit hätten wir dann auch diese Quests erledigt, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und tschüss.